Ja hallo, Bruder Antonius ist mein Name. Ich habe mich entschieden mit Bruder Peter, unserem Generaloberern und Herr Leineweber, Hausoberer aus Trier, hier in die Box zu kommen. Ich gehe mal weiter. Ja, wir sind entschieden für Menschen in dem, was wir tun und wollen uns, dass viele gemeinsam mit uns diese Entschiedenheit teilen.